Die ersten Hinweise sind rechts und wir sind ziemlich in der Ecke, weil ich das Gefühl habe, dass wir uns mit einem anderen Team dann einen Hinweis teilen, weil da hinten ist auch so eine Straße. Wir gucken mal. Was für eine Straße? Ich glaube, wir spawnen immer auf Straßen, aber ich bin mir da nicht sicher. Jetzt hier links müsste der erste Hinweis sein. Kann ich Pfeile wieder einsammeln? Ich glaube ja. Warum gehen die Hunde oben so ab? Haben wir uns recht gehört? Ich weiß nicht. Wir müssten da eigentlich hoch. Oh je. Sind das deine Schritte gerade? Hast du das? Da ist ein anderer Spieler. Wo? Ich habe ihn nicht gesehen, aber so wie der läuft. Ich muss halt irgendwie diesen Zombie da wegmachen, oder? Ne, 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 ne. Lass es besser, weil wenn da wirklich ein anderer Spieler ist, kriegen wir jetzt dadurch mit. Ich habe halt ziemlich... Wo hast du den gesehen? Ich habe niemand gesehen, wie gesagt. Ich habe nur schnelle Schritte gehört. Ach so. Ich habe das jetzt wahrgenommen. Weil Zombies laufen nicht so schnell. Achtung. Das war nah. Vorne rechts würde ich sagen. Mhm. Hmhm. Noch sehe ich nichts. Bewegt sich's, oder? Hat sich am Fenster vorbei bewegt. Hätte aber auch ein Monster sein können. Hm. 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 Warum klimpert irgendwo was? Da war eine Stange, habe ich berührt. Ah, hier ist zu. Warum ist da zu? Was heißt das? Unter anderem ist ein Brett. Kann man das dann abmachen? Nee, nee, das bist nicht du. Hinter uns. Es ist in dem Haus drin. Es könnte aber auch ein Zombie sein, der wie ein Trottel die ganze Zeit dagegen läuft. Weiß nicht. Hm. Wo ist denn der Hinweis? Bisschen hinter uns noch. Das war meine Schuld. Doch. Oh Gott. Was? So ne alte. Die habe ich gar keinen Bock gehabt. Ich glaube, ich gehe mal da hoch. Da bin ich zwar voll auf dem Silbertablett, aber... Dann komme ich mit. Vielleicht sehen wir ja auch was. Hier ist auf jeden Fall mal Heilung. Oh. Nicht den Weg zurückgehen, okay? Wie? Nicht hier wieder runtergehen. Warum? Weil ich in der Berne fahre denn noch. Da hinten hat es gerade gebrollert. Ich versuche mal ein bisschen zu spälen. Oh ja. Warum gibt es hier so viele Bärenfallen? Hast du die gerade gefunden oder was? Ja, die waren in so einer Kiste drin. Ich meine, es bringt uns zwar nichts, hier überall Bernefallen hinzusetzen, aber... Ich rappellen Hunde. Aber wieder ganz weit weg von uns. Geht so. Da rechts sind auch Hunde auf der Straße. Ich glaube, bei uns ist keiner mehr. Hier auf 12 Uhr ist auf jeden Fall Geschießer gewesen. Rechts von uns. Ne, 14 Uhr, ja. Okay, was machen wir? Wir holen erstmal den Hinweis, würde ich mal sagen. Achtung, hier ist eine Bärenfalle. War da gerade was? Ne. Wo ist denn hier? Da wo ich rumdümpel? Hier ist Bärenfall in der Ecke, aufpassen. Kann man da einfach außen rum? Ich konnte es, ja. Ah, oh. Äh. Was? Nix. Ich bin vielleicht fast in die Bärenfalle gelaufen, weil ich was anderes für die Bärenfalle gehalten habe. Ah, ich bin falsch gelaufen. Ich nehme die Bärenfalle rein auf und es tut weh. Da quetscht dein Zeh ein. Du bist wieder runtergekommen. Ich bin einfach runtergesprungen. Aber ich kann auch gleich wieder zurückkommen, ich muss nur hier schnell... Ah, jetzt komme ich auch. Wird untersucht. Okay, ein Hinweishammer. Ich will die Schüsse kommen näher. Meinst du? Ja. Also wir müssen jetzt hier in die Richtung da. Wo du auch gerade hinguckst. Da wäre der nächste Hinweis. Können wir mal vorsichtig machen. Am besten nicht so nah an die Sprengfässer. Let's go! Ah. Oh Gott. Oh Gott. Der Hinweish da drüben ist ein Meer. Und hier ist ja auch ein Gegner. Ah, Hunde. Soll ich mit nem Bogen? Ah, du machst schon. Erstmal rein, Achtung. Haha, nice. Kannst du den Pfeil wiederholen, oder? Ähm, warte. Oh, jetzt ist der Hund weg. Ach dann. Ah, aber der Pfeil ist noch da. Okay. Ja, die Links sind schon wieder Bomben. Holen wir uns mal schnell einen Hinweis. Mal ein bisschen mehr Action. Wir machen jedes Mal so langsame Runden. Jetzt geht's mal richtig rund. Na dann sind die Runden aber schneller vorbei, ne? Dann ist das so. Weißt du ja. Aber mein Charakter. Nein, du bist noch unter Rang 10. Du verlierst eigentlich. Ich verliere nur meinen. Da ist ne alte Hexe. Eventuell dachte ich, ich hab meine Pistole in der Hand. Das war ein bisschen laut. Im Klo ist Munition. Schrotzen Munition oder so. Ich bin voll. Tatsächlich. So. Zweiter Hinweis. Was ist hier passiert? Warum sind hier alle tot? Oh Gott. Oh Gott. Okay. Weg mit dem Dreck. Weg mit dem Dreck. Weg. Weg mit dem Dreck. Schüsse. Ja? Glaub. Ups. Glaub ich. Bei der Bogen, der kann aber hier nichts lang strecken. Weg mit dem Dreck. Gleich gehen wir außen rum. Gut, die Pfeile werden halt denk ich schnell sinken. Denk ich. Schätz ich. Glaube ich. Ja. 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 Es ist es. Schau aufgeräumt. Und? Aha. Aha. Das ist wieder eine Bärenfalle. Da sind mal drei Stück drin in so einem Ding. Oh nein. Geht's hier raus? Ah, da unten. Wie schnell die auch immer dahin speeden, ne? Zu dem Boss. Die geben wahrscheinlich keinen Fick. Ich habe jetzt auch das Gefühl gehabt, dass wir eigentlich recht schnell waren diesmal. Ach. Ich guck mal da vorne mit dem Rohr. Laufen wir nämlich auf das Gebiet zu, ne? Da vorne. Da bei dem roten Haus hinten dran, würde ich sagen. Ja. Vielleicht können wir ja mal kurz in dem Tunnel bleiben und kurz... Wir haben auch nicht so viel Zeit, ne? Hä? Mhm. Sind schon bei 40%. Ja, was ist denn der Plan? Willst du die abknallen? Okay. Und was sollten wir auch mal tun, oder? Mal ein bisschen mehr Action. Okay. Da das das einzige Ziel hier ist... Wenn die weg sind, haben wir quasi nur ein paar Zombies gekillt und hauen wieder ab. Das ist ja auch ein bisschen lame, oder? Das müsste in dem Haus da vorne sein, oder? Komm halt nicht mal da drüber. Sehr gut. Dann müssen wir hier... Kann man den Turm hoch? Ja. Das war jetzt auch der Plan. Und? Ich sehe nichts. Ich sehe ein paar Zombies außen rum. Das müsste... Das ist die Kirche wahrscheinlich da vorne, oder? Ich denke es ja. Hinter der Kirche. Irgendwo. Dann müssen wir jetzt da eigentlich hin. Geh mal vor. Ich komm dann hinter dir her. Im schlimmsten Fall sterben machen. Nicht sterben. Ich bin ehrgeiziger. Ein bisschen Action. jetzt aber was er hat jemand aufgeschreckt es ist maria ist halt genau hier drin hinter dir quasi es ist ein einzelspieler bist du dir sicher also bis jetzt hat es nur einer mitgenommen aber er sind zwei kommen vielleicht auf uns zu von links nach ja aber wenn sie weiter weg laufen von uns das sind zombies habe schon gesehen ja ich schätze sie werden er weg laufen von uns denn da ist der ausgang außer die sind sehr selbstsicher was tun hinterher versuchen sie laufen müssen auch in Bewegung bleiben ja ich habe ein paar meiner pfeile jetzt verloren aber die laufen halt direkt auf den ausgang zu ne ich sehe da in die richtung gar keine ach die sind doch im gebäude ich habe nämlich in die richtung gar keine blitze gesehen wo du jetzt hingelaufen bist ich dachte die blitze sind weiter weg oh das gibt gleich so auf den arsch das heißt sie sind noch im haus drin und die wissen dass wir irgendwo umkreiseln das gute ist die haben halt nur insgesamt zehn sekunden wo sie uns sehen können das reicht ja schon bisschen auf zeit spielen dann ist super oder werden wieder zwei verschiedene blitze angezeigt weil aber beide sind noch im gebäude es wird nur ein team überleben entweder das team noob also wir oder laufen die gerade weg ja ich glaube schon oder ich glaube die teilen sich ein bisschen auf gerade weil der eine blitz ist deutlich weiter rechts als der andere oder ich bin es schwer einzuschätzen ich auch das sind deine schritte ok aber warum chillen die denn so lang weil die genau wissen dass wir da sind und weil die genau wissen dass wir ihre items haben wollen deswegen denken die wahrscheinlich lass mal auf zeit spielen die spacken kommen eh irgendwann ich höre schritte hinter der mauer wo ich bin schnelle schritte oder langsamer kommt jemand erst schnell jetzt langsam die schleichen ich weiß ich komme genau da raus bei mir ja aber jetzt zu sagen wir werden da rechts woher wo ich sitze die blitze sagen aber die sind da hinten aber hörst du es nicht doch es könnte natürlich auch sein wir müssen nicht das einzige team sein was noch den ihre items will ne das könnte sein dass wir jetzt drei teams sind die hier rum schlament sind die sind unterwegs sie sind weg die sind mit dem fremden team hier dann weg oh gott es gibt gleich auf dem maul ja wenn dann schießen sie gleich hinter uns ja dann mal hier hinter die mauer oder weil die sind schon da vorne die sind schon die ganze weg geschlichen derzeit dann ist halt locker hinter uns auch noch ein team welche richtung müssen wir denn die sind hier geradeaus wir versuchen uns aber wenn dann von bisschen weiter rechts abzupassen weil da müssen die hin wegen teleport warum sind die da links wie ist durch schrauben da hinten schießt es hinter dir oh gott danke wo schießt es? das habe ich gerade nicht gehört da wo das team war da wo wir gerade hinlaufen hörst du es nicht? ja ja oh gott war da vorne nicht so ein thrombose jonas unterwegs deswegen gehe ich gerade ein bisschen außen rum oh nö da ist alles die alte muss erstmal weg was kreischt denn da? boah die ganzen die ganzen spacken hier kreischen aber kreischen die wegen uns? möglich oh ja da oben oh ja ok sie ist tot wir sollten trotzdem weg da kommt der nächste auf uns zu ja? ja ja ich glaube schon thrombose jonas ist auf dem weg weg vom thrombose jonas er möchte über seine gefühle reden gar keinen bock drauf ey oh ja die sind am ausgang haha wo siehst du das schon wieder? oh gott äh was ist mit ihm? oh wenn ich muss mich erstmal hieß dich alte huiuiui die sind einfach viel zu unvorsichtig unterwegs richtig aber die sind jetzt halt am ausgang und sind jetzt eigentlich weg also eigentlich haben wir hier nix mehr ja aber sag mal lag doch noch langsamer nach was denn da los? alter diese pfeile sind aber auch unnötig das fuck muss halt wahrscheinlich kopf treffen ne? ja ist jetzt grad nicht meine glanzleise die abliefert ne die kriegen wir glaube ich nicht mehr mach doch mal langsam da steht doch noch gar nix davon dass die am ausgang sind ja aber gull weit weg die hahaha mal wieder perfekt gescriptet hier alle trophäen wurden extrahiert mission enden 5 minuten tja müssen wir jetzt zu so einem punkt um auch noch raus zu kommen oder? ja sonst sterben wir wir sterben nicht aber ich glaube wir kriegen dann keine belohnung glaube ich ich weiß nicht schaffen wir das noch? ja ja das ist grad da vorne aber die waren halt so zweieinhalb minuten circa voraus vom laufweg her gut das war ne schnelle runde die krieg ich dafür noch oder? noch ein paar xp sammeln fährt und ist ruhig nicht soll er so einen großen töten? können wir wo hab ich den denn grad eben? da hab ich ihn gesehen er ist noch nicht tot ich weiß oh gott hö alles klar ich hab ihn umgelegt ja die knarre ist echt die lohnt sich vom geld her ne? ja aber du musst halt echt gucken wann du sie benutzt ne? ja gut wenn die jetzt auch noch 20 schuss hätte wäre es glaube ich ein bisschen over aber die ist gut ich boller da wenn dann nur headshots macht jemanden tot na dann noch ein bisschen gratis xp aber wir müssen auch langsam zum ausgang wir laufen zum ausgang also ne das mit dem pfeil und bogen gefällt mir überhaupt nicht nicht? hm ne so ich guck kurz auf map ja verschwinde ich weiß nicht wo wir sind da ok nach links hier den weg ja wo ist das andere team dann? was wir vorhin gehört haben da war bestimmt eins ich weiß nicht vielleicht sind die jetzt auch schon raus oder warten am ausgang und vor wut wollen sie uns noch killen wir konnten die nicht aufhalten dann hörten wir die anderen wir wissen aber gar nicht wo wir sind stimmt aber es schießt noch irgendwo ehrlich? glaub schon aber egal wir müssen ja eh noch eine halbe minute warten also sollten wir jetzt schon zum ausgang gehen wir sind noch ausgang versteck dich ja versteck dich wir fahren an sich hier auch grad durch ja gut auch die haben jetzt Zeitdruck die müssen in zwei minuten hier sein ja schaff mal vielleicht treffe ich noch was fuck you ja geht so ne ja wir schauen wir sowas ja wir sehen uns